September-Mount ist Plattitsch-Mount. Wie bekieken wir uns aufs Freisland? Fünderhoch, Entsorgungszentrum Breine Mauer. Wenn man auf Breine Mauer fragt, denken in Bühl-Lü erst mal an Ohl-Schöwels. Vögel-Lü haben ein Lütje-Dörb in Kopp, wo mehr Kerl gewohnen als Münchgen. Man, wat man auch Fauken hört, wenn man auf Breine Mauer fragt, ist der Mülldeponie. Der Datig-Mitte-Hoch-Bach ist all von Wieden-Torsäen. Dorby wort ob der Deponie als sie 2005 kein Müll mehr lauget. Der Bach ist oft dicht und versiegelt. Dorfe gebürt noch ein Bühlt-Annes-Watt ob das Gelände von der EZB. Das steht nicht für Europäische Zentralbank, man für Entsorgungszentrum Breine Mauer. Müll und Auffall und der Landkreis leer wurden hier alltid noch anlewet. Man, das meiste wort wir wegfahren. Entweder noch ein Deponie in der Grauschkub-Bendheim, of noch Recycling-Firms. En Helbült-Wertstoffen, der in die Grot-Sortierhalle utsucht worden, können so noch für eine Produkte verbrugt worden. Dat gilt ook für den Speermüll, der in dem Michaunschke-Auffall-Förbehandeln sortert wordt. Und Grön-Auffallen, der in den grönen Sacken anlewet worden, landen in dat Kompost-Wag. Hier wurde der lehraune Kompost vermaugt. Rund negendusentüren Grön-Auffallen wurden Elkejo anlewet, wo hochweg fiefdusentüren Kompost dran worden. Die Sacken waren erst durch einen Sauter-Anlauf. Hier wurden sie oben schneiden und die Grön-Auffallen wurden kontrolliert, of doch nicht auch noch was in ist, was doch nicht inhört. Dann wurde das schreddet. Wenn das Grön-Tücht ur der Sauter-Anlauf gone ist, wurde das von einer dicke Radlaude in Bülten fahren. Diese Bülten hätten Mieten und sind hochwegdatig Mitte lang, acht Mitte breit und Drehmitte hoch. Der Mieten wollen alle fähig umfahren, um dat da Mikroorganismen in Arbeiten, der Sauerstoff und Fruchtigkeit bruten. Wenn der Mikroorganismen hü-Wag dauern, wordt dat duchtig hätt in den Mieten. Dat können gern mal zäumtig mit fiefundzäumtig graut worden. Dat dürfe rött dat Material, und som van Unkrut worden vernicht. Nur zäust bit negen maunt sind dem Mieten sowit verrött, dat de Kompost chlor is. De mut dennoch doin self. Leraune Kompost gif dat in fischäden Korengrötten. Van Hellfien bit grof. Dat können bit tofertig Millimeter korenswesen. Der meiste Kompost wort an gewarfliche Aufnehmens verköft. Man ook privat lü können sök wat besögen. Sacken mit Leraune Kompost gif dat in Breine Mauer, of in Baumarken. Und dat Gäude is, dat vir de leraune Kompost kien Mauerflächen afbaut won muren. So kan man den mit den Gäungen gewelten in sin Thun strahlen. Wat hell besönnes, wat nich erg und einbeleefd, is der Blick van der Bach. Mit sin datig mete is er een van der höchste Erhebungen in Ostfreesland. Man kan de stadt leere Heegeld zijn. Man ook bit Paupenboog en Weine kan man kieken. Ud de Müllbach, de van linkt een hundfeerenzöndig bit 2004 vier Upschicht woor, is langtiet nog met taun wonen wooren. Wat den to Energie omwandelt woor. Mittlewil komt do nich met veel Gas uit. Doorom is nu tegen de Bach een Energiewald putt woorn, de in taugentiet tot Energiegewinnung brugt woorn sal. Op de Bach komt man als Privatperson niet zo einfach op. Wanneer ook wel Weetschkups betreft, putt Ferns voor Schaulklaassen en Freien over dat Deponiegelände aan. Dan kan man ook mal syfst over de Wiedelandschup kijken. ... ... ...